Mal wieder ein Unboxing, so wie eigentlich immer. Ich mache nur Unboxings oder Gameplays. So, und meistens, wie man sehen kann, sind die Pakete von Amazon, weil ich Amazon liebe. Es geht schnell, es geht unkompliziert. Oh, und es ist manchmal günstig. Und hier habe ich wieder so einen Schnapper gemacht. Manche werden sagen, gruselig, aber es ist Angry Birds, der Film. Plus eine wundervolle Plushigo. Brauch man es, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es war halt, wie gesagt, super günstig. Ich werde den Link auch noch setzen. Ich glaube, es hat 6 oder 7 Euro gekostet. Dafür kann man das mal mitnehmen. Könnte natürlich auch... Okay. Das müssen wir aufschneiden. Zack. Diese Plüschfigur werde ich gleich meinen Hunden geben. Damit können sie erst mal eine Runde spielen. Können das Ding zerfleischen, wenn sie Lust haben. Zack. So. Die Box werde ich auch wegschmeißen, weil... Ja. So, und hier ist dann auch der... Als Digital-Ultra-Video... Ich habe überhaupt keine Ahnung. Äh, komischer Code. Keine Ahnung, kenne ich mir die mit aus. Brauche ich nicht. Angry Birds, der Film. Und diese wundervolle Plüschfigur für meine Hunde. Bäm, weg damit. Viel Spaß. Einmal frei. War wieder nur ein 2 Minuten Video, aber ist ja okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann dann. Ciao. Ihr könnt ja, wenn ihr Bock habt, meinen Kanal abonnieren. Wenn nicht, dann halt nicht. Ciao.